Oh wow, dann finden wir hier schon eine dritte Shotgun. So will ich das sehen. So will ich das. Hardcore. Guck, wir wissen schon mal, wo er ist. Oh, der ist schon tot. Okay, krass. Hat wahrscheinlich jeder Schuss jetzt gerade getroffen. So schnell ist er weg. Auf zum Military. Hier fährt sogar was. Ah, der will glaube ich gerade vorbeifahren. Oh, ich habe gerade mal 15 Schuss für das Ding. So, okay. So, heute klappen. Kann man hier eigentlich durchschießen? Bestimmt, oder? Ich denke mal. Sonst ist das überhaupt noch hier zu warten? Zwei Minuten. Ah, die. Das. Kommt hier was? Das Problem ist, finde ich immer bei diesen Brückenkämpfen, wenn keiner kommt, dann... Dann ist schon echt nicht so schick. Ich glaube, da ganz hinten ist einer angehalten, oder? Weiß es nicht. Der haben wir ja gerade so noch erwischt, den Typen jetzt hier. Na, dann ist der weitergefahren. Oder weggefahren davon, zumindestens. Wir haben ja noch eine Minute, die wir hier warten können. Vielleicht kommen hier noch ein, zwei Leute. Ah, wobei, ich laufe jetzt los. Beziehungsweise nehme ich gleich mein Auto. Ich will nur kurz gucken, ob der hier... Ob ich den irgendwie links hier sehen kann. Nee. Na gut, dann loot mit denen hier noch. Und dann geht's weiter. Der loot. Gib mal her das Zeug hier. Vierer. Oh, nehme ich gerne. Extended Quickdraw haben wir schon. Dreier Rucksack. Moni. Oh, da kommt was. Ich muss es mal nachladen. Oh, das war jetzt ein bisschen unerwartet hier. Ah, jetzt hat er das getauscht. Mist. Ich würde eigentlich noch einen Griff haben, aber hier ist keiner drin. Okay. Aber noch einen. Donald Duck. Und da kommt noch einer. Und da kommt noch einer. Und noch einen. Alles klar. Die kommen hier alle an, du. So, haben wir jetzt alle. Alle mitgenommen hier. Haben wir noch ein Cheekpad. Zweier Helm. Die Moni können wir noch mitnehmen hier. Griff nehme ich mit. Und ich bin halt wirklich reingerannt und hab plattgemacht, was zu holen geht. Dann bin ich gestorben. Ah, der Dreier Helm. Komplett zerstört, das Ding. Hey, Puma, stand schön. Gibt es eine andere Welt als diese? Ein klares Ja. Kommt noch was. Kommt noch einer, ey. Leute, kann ich jetzt mal aufhören? Hier, ich will nicht mehr looten. Langsam ist mal gut. Noch mehr Moni. Der Dreier Helm, der ist glaube ich noch ganz gut. Den können wir nehmen. Jetzt sieben First Aid. Da kommt noch was. Kommt noch einer her. Gibt es ja nicht. Mensch. Leutchen, ey. Jetzt ist aber mal hier. Jetzt ist aber mal gut. So, brauche ich eigentlich noch irgendwas? Vielleicht hat der noch eine Dreierweste. Können wir ja mal gucken. Das kann erstmal alles weg hier. Guck mal, der hat eine richtig schicke Dreierweste sogar. Wobei die schon ein bisschen kaputt ist, aber können wir mitnehmen. Hey, Theofri. Dankeschön. Auch dir. Ich glaube, das war es dann hier an Leuten, die kommen. Haben wir ein bisschen abgesahnt, würde ich sagen. Einen brauchen wir noch. Guck dir das mal an. Wie viele Autos hier einfach stehen. Einer war hier noch irgendwo, oder? Einer steht hier noch. Oh, da kommt noch was. Da kommt einfach noch einer, ey. Wie spät ist denn der dran? Oh mein Gott. Was ein Massaker. Was ein Massaker hier. Der hat noch den Schally für mich. Sehr schön. Massaker haben wir angerichtet. Okay, jetzt ist es aber mal gut hier. Das waren jetzt, glaube ich, acht Kills an der Brücke. Jetzt ist mal... Wie gut. Wie viele Autos hier einfach stehen. Oh Mann. Aber wir müssen komplett rüber. Sechs First Aid. Sieht alles schick aus hier. 20 Energy. Davon kann man ein bisschen leben. Ein bisschen können wir leben davon. Wir müssen solche Spiele eindeutig verbieten. Das kann kein Freizeitvergnügen sein. Hey Jonas, danke schön. Sind ja nur noch 20 hier. Okay. 30 Sekunden noch. Aber krass, wie spät der eine Typ noch durchkam, oder? War schon ein bisschen... Bisschen. Oh! Das setzt der Seidenspiegel ab. Dann sag ich, komm, hör auf, lass doch, lass doch, pack mich nicht an, pack mich, sag ich, pack dich doch gar nicht an. Und dann hab ich in eine gezimmert. Ey, easy, easy, 24 Stunden, ja, easy. Gucken wir mal, ob hier welche sind, außerdem muss ich mal gucken, wegen Quantum und Vengie, ich hoffe, das vergesse ich dann nicht. Wie haben wir es denn jetzt eigentlich, ah, geht ja noch, nicht mal 15 Uhr. An der Brücke da hinten könnten noch welche sein, ne? Da könnten wir eigentlich auch nochmal unseren Spaß haben. Aber ich denke mal, da wird bestimmt keiner mehr durchkommen bei dem Ding. Ah, ah, ah. Kommt auf jeden Fall was hoch. Ah, kann ich nichts machen. Was zum... Die Nade! Oh mein Gott! Oh, da geht noch eine Smoke hoch. Wahrscheinlich auch von ihm. Oh nein! Das war wirklich eine heilige Granate jetzt gerade. Test! Was sind meine Granate hier rein? Ganz oben sind auch welche, aber eigentlich will ich erstmal die Leute hier abfangen. Oh Mann, ich bin ja hier, ich bin ja hier voll RIP. Boah, das war jetzt ein Headsheet oder Shot oder was weiß ich, ich weiß gar nicht, ich hab keine Ahnung. Okay, alles klar. Ja, und was ist mit dem... Ah, hier bin ich überhaupt nicht gedeckt. Muss ich weg. Gar nicht gedeckt. Oh. Ja, das ist alles blöd jetzt hier mit den Bergen. Also... Irgendwie her. Irgendwann, wenn ich hier hochgehe, muss ich dann runterpushen. Das ist nicht so... Nicht so das wahre hier. Ich könnte ja ein bisschen weiter in die Richtung gehen. Hier so hinten. Dann versuche ich da einfach ranzupushen und gucke, dass der Typ mich von oben nicht abknallen kann oder so. Weil dann habe ich hier zumindest schon mal die Straße überquert. Hey, Spu. Na gut, die werden doch schon regeln da, die oben, die zwei Typen. Er hat auch nur einen Zweierhelm. Also, wenn ich den Schuss getroffen hätte, dann wäre das zumindest schon mal ein Kill. Mein Gott, was eine Zone hier. Komm, er hat einen gekillt gerade. Ich glaube, den da hinten auf dem Hügel hat er wahrscheinlich gekillt. Okay. Alles klar. Dann waren beide noch hier oben, ey. Krass. GG. Schicke, schicke Runde, muss ich sagen. Schickes Ding. The Jungle VIP. I've reached the top and had to stop and that's what's bothering me.